Jetzt sag mir nicht, dafür brauche ich einen Lockpick. Geil. Ich soll spülen? Ach ne. Das heißt, jetzt haben wir ja einen Grund zurück ins andere Haus zu gehen. Ja, Brennstoff in der Toilette. Ja, jetzt müssen wir zurück zum Speicherpunkt. Somehow. Aber Mutti scheint uns gerade noch nicht anzugreifen, sondern nur ihre Viecher zu schicken. Jetzt tingelt sie hier wieder dran vorbei. Das ist doch schön. Was? Oh! Lol. Da geht sie aber nicht lang. Das heißt, sie geht jetzt hier ihren Weg wieder zurück. Okay. Fick dich! Fick dich! Steh auf! Ethan! Zu! Stirb! Puh! Howdy! Mann! Hätte ich mal auf leicht gemacht. Und wieder kein Heilzeug. Weißt du tolles? Gleich nochmal. Hm, hm. Hier ist der Eingang. Das, äh, ja, ja, ja. Da tingelt die Olle lang. Wie, wo kamen wir denn jetzt nochmal? Was, das Zeug im Kamin festkleben? Ja, machen wir gleich. Ich möchte speichern. Ich möchte nichts lieber als speichern. Let's go. Howdy. Aber es sind schon dezent viele, ne? Und irgendwie werden es grundsätzlich mehr, wenn wir hier durchgehen. Ja. Ich weiß. Es kam der Vorschlag, ich soll das auf Irrenhaus durchspielen. Wie viele Jahre wollt ihr denn, dass ich an dem Spiel spiele? Warum ist hier immer ein Leck? Immer. Immer, ey. So. Du. Rüber. Tja, wie es scheint. Bisher. Ja, vielleicht doch. Ne, dafür brauchen wir erstmal einen Schlüssel. Ne, war von der anderen Seite abgeschlossen. Mann, ist das alles klompizier. Das ist ja ganz normal. Kugeln. Ja, Pistolenmunition. Hm. Ich mach mal so. Dann mach ich einen. Ne. Ich hab voll drauf. So. Dann ich mache einen rüber. So. Äh, und dann nehm ich einmal das mit. Einmal. Das blicke ich jetzt aber nicht ganz. Hatten wir nicht auch starke Munition für die Pistole? Ach, die sind schon ausgerüstet, ne? Oder? Ja. 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 Auf G. Würde ich switchen. Aber blockiert nicht mehr das Inventar. Und das ist gut. Ach. Hm. Ey, aber dieses Flatter-Zeug geht richtig auf den Sack. So richtig. Wenn du mich fragst. Was? Du kennst das ganze Spiel? Ähm. 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 Ey, so will doch keiner leben, oder? Ich glaube, ich wäre schon längst weggeschwommen. Obwohl, wenn man überlegt, was hier so für Penetranzen rumeiern, kann ich mir vorstellen, im Wasser ist da genauso viel. Die Taschenlampe hat da übrigens an der Nasenspitze. Dauert auch nie eine Stunde. Dann gehe ich stark davon aus, dass der Altar hier hinter ist. Was ist mit dem Zettel auf? Ich hab dir gesagt, du darfst hier nicht rein. Ah, 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 ah. 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 Okay, du kleiner Schwanzlutscher. Jetzt wird's richtig ernst. Meine Babys! Du wirst in diesem Loch sterben! Und es wird mir gefallen! Das hast du davon! Das hast du davon! Denkst du kannst einfach reintrampeln und dich in meiner Familie verleihen? Und allein weiß, was du und Zoe getrieben hast! Ich hab' vielleicht keine Moni mehr. Ich hab' vielleicht keine Moni mehr. Ich hab' vielleicht keine Moni mehr verleihen, aber ich war mitten im Reden, deshalb nicht ganz so schlimm. Wie? Wie? Was? Wie soll ich das denn schaffen? Ach so! Okay, that makes sense. That makes sense. Nach einer kurzen Pause. Und wir machen wieder weiter mit dem Hut. Weil der tut uns so gut. Wir hatten gespeichert. Ich habe das. Hm. Ich überlege gerade. Ob ich versuche, der Ollen noch für einen Moment zu entrinnen. Mutti! Stör mich nicht! Ähm. Ist alles wieder so, wie es sein soll? Ja, bin ich dabei, Leiti. Sonntags. Wir gucken mal. Wir gucken. Jetzt, äh. Nimm ich erstmal wieder den Weg hier. Weil der dauert ja nicht lange. Der geht voll schnell. Ich könnte auf YouTube ja vorspulen, also beschleunigen. Und dann singe ich. Where are the men from Cotton, I go? I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from Cotton, I go? Oder so. Wir haben sowieso schon lange nicht mehr getrenched. Das, das muss mal wieder gemacht werden. So, da ist der Haupt. Dann müssten wir ja rein theoretisch drüben unsere Ruhe haben, ne? Oh, bitte, lass da hinter den Schlangenschlüssel. Dann muss ich hier erstmal nicht wieder herkommen. Tschüss, Mutti! Hoffe ich. Bin ich gut. Ah, die Spinne habe ich jetzt aber nicht mehr. Stimmt, wir brauchen irgendwas, was aussieht wie eine 7. Was? Da ging es nicht lang. Was ist denn mit der Kurbel? Also ich glaube nicht, aber... Ach ja, okay. Was ist denn, wenn ich die nehme? Ach, die ist voll groß. Ne, ich dachte jetzt so, aber ne, ist ja totaler Quatsch. Haben wir irgendwas? Das ist totaler Schwachsinn. Da haben wir nischt! Ja, Kurbel habe ich versucht. Ja, Trish und Crunch sind Trinch. Ne, Fadi müsste, müsste, ja, tot sein, ja. Ach, und jetzt habe ich keinen Lockpick mehr. Aber auch keine Heilung. Hier könnte man doch mal wieder gucken. Da war der. Das heißt, wir gehen rein. Und wir gehen einfach da durch. Weil wir das so gerne machen. Hier dauert es ja immerhin nicht so lange. Stimmt, da war ja die... Oh Gott, und wir haben gar keinen Platz. Oh, wenn da noch mehr war, ne? Ist. Hier kann Oma jetzt nicht und der Boden kann nicht einfallen. Ja, laber nicht. Also das Licht hält sich lange, ne? Verblüffend. Scheiße. 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 Kein Wackeldackel hier. Weißt du was? Einfach mal aus Jux und weil wir den Platz brauchen. Ja, besser als nischt. Äh, warum sollte ich das denn machen? Hab ich gelb? Hab ich doch gar nicht. This one. Das ist doch scheiße. Wo konnte ich denn hier speichern? Warum kann denn hier kein Lockpick liegen? Du da. Da unten ist noch was. Was? Was? Und die Frage ist, wie lange das anhält. Ich kann keine Granate mitnehmen. Oder kein Granatwerfer. Ob du behindert bist, Spiel. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Das hätte ich gerne behalten. Okay, die Tür ist jetzt offen. Wo konnte ich speichern? Wenn ich hochgehe. Nee. Lockpick. Okay. Wenn ich runtergehe. Hä? Wie blöd. Da! Ja, okay. Eine. Toll. Seufz! Bitte kein Besuch. Ja. Genau. Hier habe ich auch nichts übersehen. I don't think so. Toll. Größeres Inventar. Gleiche Scheiße. Hmm. Die Frage ist, brauche ich den Granatwerfer jetzt schon? Oder lasse ich den erstmal hier? Hmm. Hallo? Ja? Ah, tricky. Okay. Boah, das ist voll unangenehm da drin. Schlangenschlüssel haben wir aber immer noch nicht. Ja, war ich auch schon überlegen, ob ich die Kurbel wegmache. Vorerst? Blöd. Nee, 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 das war gar nicht der Plan. Wohin da sich die ganzen Kram steckt, ist mir ein Rätsel. Hm, ja, dann müssen wir jetzt wohl... Ruckel, ruckel. Wieso hast du jetzt die Schrot in der Hand? Oder habe ich da was mitgekriegt? Diese Geräusche. Okay, mit den Keycards haben wir ja noch gar nicht. Ich hätte doch auch hier speichern können. Ah, egal. Ich speichere drüben nochmal. Das muss ja da oben sein, oder? Bei dem Licht. Da ist bestimmt ihr Altar. Bestimmt. Ähm. Ja. Alles Klärchen. Äh. Ja, wenn ich so weit weg speichere, ist auch scheiße. Whatever. Boom. Ja. War voll toll, dass du da warst. Ja. Bis hoffentlich zum nächsten Mal und schlafe schön und träume süß. Ja. Vielen Dank.